Was der Frühling alles tun muss, von Frantische Kallahs. Erst die Sonne höher heben, dann die Gräser grün anstreichen, allen, die auf Erden leben, brüderlich die Hände reichen, Schlangen häuten, Schatten schwärzen, Felder kämmen, auch die Wiesen, Sorgen, dass Kastanienkerzen brennen, Weidenruten schießen. Für die Vögel Noten schreiben und die Rosenblätter zählen, mit den Kindern Unfug treiben, Wäldern neue Farben wählen, Käfern ihre Panzer putzen, Zäunen guten Morgen sagen, Tau als Schmuck für Gras benutzen, Licht in Neuselöcher tragen, weil die Bienen gern was hätten, Honig in die Blüten stecken, alle Katzenfälle glätten und die Kinder morgens wecken. Ja, der Frühling hat zu tun. Und was machen wir denn nun?